Wir möchten Milchshakes, wir möchten Milchshakes, wir möchten Milchshakes, wir möchten Milchshakes. Hallo Kinder, ihr wollt also Milchshakes. Ich schau mal, ob wir Obst haben für Milchshakes. Oh, wir haben ja gar kein Obst, wir haben nur Gemüse da. Hmm, können wir kein Milchshakes trinken? Wenn ihr für mich einkaufen geht, Obst holt, dann kann ich euch Milchshakes machen. Na klar gehen wir. Komm Peppa, wir sind auf dem Markt, was holen wir? Guten Tag Kinder, was hättet ihr gerne? Hmm, ich möchte... Ich möchte Bananen. Was möchtest du? Ich möchte Himbeeren. Sind das die hier? Nein, das sind die nicht. Die Himbeeren, die du möchtest, sind hier. Dankeschön. Und wie viel macht das alles? Hmm, das macht 50 Geld. 20, 40 und noch 10 sind 50. Danke, auf Wiedersehen. Los, lass uns gehen. Na, lasst mal sehen, was ihr mir da mitgebracht habt. Oh, Himbeeren und Bananen. Das wird bestimmt ein leckerer Milchshake. Möchtet ihr den gemischt? Alles klar, dann machen wir erstmal den Püree von dem Obst. Und ich werfe die Bananen mal rein. Oh, das sieht auch gut aus. Perfekt. Und hier ist mein Himbeer-Püree. So, jetzt müssen wir die noch mischen. Und weil ihr zu zweit seid, müssen wir das natürlich auch trennen. Perfekt. So, legen wir mal das Glas da rein. Machen wir unsere super Mischung jetzt hier rein. Und pressen das drauf. Jetzt ist der Mischer aber in der Reihe. Die weiße Knete machen wir jetzt hier rein. Und Das sieht ja klasse aus. Ein Getränk ist schon fertig. Ich, 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 ich. Nein, nein, nein. Erst die Frauen. Für dich kommt auch jetzt eins. So, nächstes Glas. Drücken wir einmal hier rein. Und Und geben den Milchschaum hinterher. So, George, für dich ist auch noch eins da. Guten Appetit euch. Die Kinder haben es wohl sehr gern. Wie möchtet ihr eure Milchshakes trinken? Auf Wiedersehen. Grüuen. Grüuen. Grüeuen. Grües up, Tschü answered me. Grüeuen.